Bratwurst, Sauerkraut, Weißkohle ist auch dazu und Kartoffeln vergessen wir auch nicht. Und dazu leckeres Bier. Grill bitte jetzt Datschowen. Frische Gruppe Bratwurst und Kakao wird von einer Seite angebraten. Kartoffeln von allen Seiten schaffen Braten. Ab jetzt fangen wir richtig zu kochen. Bauchspeck, Zwiebel, Möhre, Anbraten. Ohne Kumblauch koche ich nicht. Gewürzen, leckere Gewürzen rein. Sauerkraut und Weißkohle. Angebraten Kartoffeln wieder rein. Bier, leckeres süßliches Bier. Deckel zu. Grill bitte jetzt unten, Grill bitte oben und lassen wir 30 Minuten stehen. Wir haben 30 Minuten Zeit. Wurst wird angeschnitten. Wurst rein in Topf. Dann Deckel zu und lassen wir 1 Stunde stehen. Sauerkraut, Weißkohle, Kartoffeln wird geschmort und Wurst wird gegrillt.